Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf den Samstag wieder dabei seid nach dem phänomenalen Sieg von Borussia gegen den VfL Wolfsburg. Der Messi vom Niederrhein ist geboren und wir verlosen heute ein Rocco Reitz-Trikot, das und vieles mehr. Und ja, nach so einem Sieg endlich mal zu Null und einstellig kann man auf jeden Fall einen kostenlosen Sabo für Burschis Borussia dalassen und natürlich auch einen Daumen nach oben. Und ja, zur Feier des Tages und ich halte natürlich mein Wort, ich habe immer gesagt, wenn Rocco Reitz sein 1. Bundesliga-Tor macht und wir das Spiel gewinnen, verlose ich ein Rocco Reitz-Trikot eurer Wahl. Ihr könnt euch die Farbe aussuchen bzw. Auswärtsheim oder Dritttrikot. Eure Größe, dazu einfach in die Kommentare schreiben, Rocco Reitz, der Messi vom Niederrhein, dann seid ihr im Lohnstopf und Dienstag losen wir es aus. Und natürlich, ich will Rocco Reitz nicht über den Klee loben oder zu hoch jubeln, der Messi vom Niederrhein, haben wir spontan mal so ausgewählt. Aber demokratisch, da haben ganz, ganz viele von euch mitgemacht und da gesagt, das musst du jetzt bringen. Und natürlich bringen wir das heute mal. Es war rundum eine richtig, richtig geile Teamleistung. Erstmal viel, viel Erfolg natürlich beim Gewinnspielen und es war eine richtig geile Teamleistung. Und ich möchte den Trainer, glaube ich, auch mal hervorleben. Viele hatten ihn kritisiert vor der Saison, nach der Verpflichtung, ich auch. Und was der Trainer mittlerweile macht, ist schon Wahnsinn. Also man sieht einfach, die Spieler werden wieder besser. Es macht viel Sinn. Es war ein holprigerer Saisonstart, definitiv. Aber du siehst den Prozess und ich glaube zu einer Million Prozent, dass Seohane genau aktuell der passende Trainer von unserer Borussia ist. Und macht die Jungs heiß, setzt die richtigen Leute ein. Und was ich da gestern oder heute gesehen habe, wie gesagt, ich nehme die Aufnahme jetzt um 23.30 Uhr auf. Ihr seht es morgen, also am Samstag um 8, 9 Uhr, weil ich auf den Geburtstag muss und muss es jetzt noch so spät aufnehmen. Deswegen bin ich noch sehr, sehr euphorisiert. Aber ich glaube, Seohane ist absolut der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Und wenn wir uns das Spiel angucken, also das erste Tor war definitiv das schönste, herausgespielteste Tor diese Saison. Ich glaube, übernetzt Kone und dann, was Plea und Honorar da auf der Seite veranstalten, ist halt der Wahnsinn. Und du siehst halt, wo Schwancherer das Tor macht, was ihm für eine Last einfach von dem Tor auch abgefallen ist. Viel kritisiert worden, der junge Mann. Und das hat ihm einfach, glaube ich, unheimlich gut getan. Und Honorar wirklich sehr, sehr stark vorbereitet. Dann Rocco Reitz nutzt den Fehler von Castells aus. Castells war einer mit einer unserer besten Borussen. Ja, aber wie Rocco das dann macht, er lässt ihn dann auch aussteigen, schiebt ihn eiskalt rein. Das ist wirklich eine Augenweide, muss ich einfach sagen. Dem Jungen zuzusehen, das macht Spaß, so einen Fohlen wieder auf dem Platz zu sehen. Und ich hoffe, da kommt noch ganz, ganz viel mehr. Nicht von Rocco Reitz, sondern einfach noch mehr Fohlen. Aber die Mannschaft, die da auch gestern auf dem Platz gestanden hat, die hat Spaß gemacht. Die hat gekämpft und hat dann sogar zu Null gespielt. Und das ist der absolute Wahnsinn. Dann macht Honorar sein erstes Tor. Und da müsst ihr euch wirklich das 3-0 nochmal vorher angucken. Plea spielt einen Wahnsinnspass auf Schwancherer, der dann abschließt. Dann gibt es die Ecke. Und dann macht Honorar sein Tor. Klar, da hat Castells wieder mitgeholfen, aber so ist es dann halt auch. Und Plea, absolut verdient noch sein Tor gemacht nach Vorlage von Skelly. Ein überragendes Spiel von Alassane Plea. Und das nehme ich schon mal vorweg. Bei allem Lob für Rocco Reitz, der mit Sicherheit verdient ist. Ich finde, was Alassane Plea die letzten Wochen an Einstellung, an starken Spielen und an Toren und Vorlagen macht, ist aller, aller Ehren wert. Wer sich für die Mannschaft aufreißt, geht voran, ist einer der älteren Spieler. Und für mich, ich bleibe dabei, ist Alassane Plea diesmal Spieler des Spiels. Bei allen Blumen für Rocco Reitz gebe ich Alassane Plea den Spieler des Spiels. Und damit gehen wir auch kurz in die Bewertung. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt schon sehr, sehr spät. Ich bin noch sehr, sehr euphorisiert. Und ich finde es unfair, jetzt Leuten eine schlechtere Note zu geben, manchen eine bessere. Ich werde zu Einzelspielern jetzt was sagen. Und ein paar herausreden, die herausgestochen sind. Und grundsätzlich werde ich gleich meine Bewertung trotzdem abgeben. Nikolas im Tor zu Null. Gerade in der zweiten Halbzeit noch zwei, drei Bälle gehalten, die wichtig waren. Damit es nicht 2-1 oder 3-1 steht. 4-0 zu Null und das ist bei mir eine Eins. Joe Skelly mit Torvorlage. Elvedi, Wahnsinn. Elvedi wirklich. Also, dass wir den Mann halten konnten. Knallt sich in jedem Zweikampf rein. Wirklich auch sehr gut nach vorne verteidigt. Beide Innenverteidiger, aber sehr gut nach vorne verteidigt. Elvedi fand ich noch einen Tick stärker, diesmal in der Innenverteidigung. Wöber aber auch, der hatte in der ersten Halbzeit so einen Ausrutscher, wo es gefährlich wurde. Aber ansonsten eine bockstarke Innenverteidigung. Ich bin gespannt, wenn Itakura zurückkommt. Ich würde Elvedi noch das i-Tüpfelchen geben. Luca Netz hat seinen Job gemacht. Jule Weigel wieder am meisten gelaufen. In wie viele Zweikämpfen er verwickelt war. Genau das brauchst du. Vor der Abwehr habe ich immer gesagt, das wollten viele nicht verstehen. Julian Weigel ist nicht spektakulär. Aber er macht sein Ding. Und das ist absolut überragend. Und läuft immer viel. Und ist einfach ein absoluter Mannschaftsspieler. Manu Cuné. Ja, das ist der Manu, den wir brauchen. Anlaufen. Auch in der ersten Halbzeit beschwört unsere erste gefährliche Aktion. Wo er durch rechts einfach komplett, über die linke Seite komplett durchgeht. Rocco Reitz, Plea, Onora. Ja, Schwanscherra. Wen soll ich da rausheben? Alle Jungs haben ihren Job gemacht. Klar, Plea hat mit Sicherheit herausgestochen. Den Rocco Reitz, den Cuné, den Erwedi. Aber ich gebe allen eine Eins. Ich weiß nicht, viele werden jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, Buschi, das ist doch komplett lächerlich. Du hast die Ferienbrille auf. Wie kannst du allen eine Eins geben? Damit werde ich heute leben. Und damit werde ich auch gut schlafen. Ja, ich habe heute die Ferienbrille auf. Und dann könnt ihr gerne reinschreiben, wie lächerlich das ist. Aber ich gebe allen eins. Ich will da keinen raus. Ich will da keinen schlechter machen. Ich habe da eine Mannschaftsleistung gesehen. Das war eine Teamleistung. Und die haben 4-0 gewonnen. Und wir haben als Team die Punkte eingefahren. Und deswegen gebe ich allen eins. Ist mir egal. Ich will da keinen schlechter einstufen, weil es einfach eine mannschaftlich runde Leistung war. Und ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren eine Abstufung machen. Ich finde es heute ist nicht verdient. Wer ein Fleißpünktchen von mir bekommen hat, ist Alassane Plea definitiv. Manu Cuné, Rocco Reitz, Onora. Ich glaube, die 4 mit Weigl dahinter. Wen willst du da schlechter bewerten? Schwancher hat vorne seine Hütte gemacht. Joe Skelly hat eine Torvorlage gemacht. Luca Netz hat ein ordentliches Spiel gemacht. Die Innenverteidiger waren stark. Der Torhüter hat zu 0 gespielt. Das ist mein Fazit zum Spielen und meine Spielerbewertung. Ja, und gönnt euch die Tabelle. Gönnt euch die Tabelle. Wir gehen mit dem 9. Platz in den Freitagabend. Ins Wochenende. Und dann ist Länderspielpause. Dann kommt der BVB. Dann kommt die TSG Hoffenheim. Und mit diesem Eindruck verabschiede ich mich und euch in den Samstag. Ich wünsche euch einen super Samstag. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Ich sehe den Prozess bei unserer Borussia. Ja, die Einwechselspieler. Neuhaus Kramer, Ingumut, Kiarodia, Rahnos Kramer noch rein. Ich glaube, da kann sich einiges entwickeln in den nächsten Wochen und auch Monaten. Und wir haben uns erstmal von unten gelöst. Und das ist das Allerwichtigste. Und jetzt Pokal gegen Wolfsburg. Und wir träumen von Europa. Träumen wir es als Fan, ja Leute. Macht's gut. Bevor es euer Borussia schönes Wochenende wird. Ciao. Wir sind Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Da ist kein Check voller Leidenschaft. Für den besten Verein der Welt. Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Mit allen Gleichkeiten über dem besten Verein der Welt. Wow.